so meine friends jetzt geht es ans packen wir haben jetzt soweit alles vorbereitet ich habe schon ein paar sachen in den keller getragen hier sind wir noch ein umzugskartonscheiße jetzt geht es eben darum auszuräumen und auszusitieren was ich mitnimm jetzt gebucht circa 19 stunden geht es los ich finde es cool dass ich sitze hier hier ist jetzt einen schönen airbus hier sitze ich Reihe 50 da kurz bevor die kurve ist so krass da gibt es eine treppe runter wo du runter gehen kannst so leute jetzt geht es auf Bude ist leer wie ihr seht Bett ist leer hier alles leer alles leer alles leer Schrank ist leer es ist soweit auf geht's nach China ich glaube es sind 23 Kilo ich glaube es sind 23 Kilo das ist das er ist gerade wir haben das ist das ist das ist dass ist es So, ich bin gerade durch die automatische Passkontrolle gegangen, krass, das ist ja wie Facebook, nur in real life. Jetzt suche ich das Gate H38, das ist genauso wie der Passage an A38. So, ich bin gerade durch die Ecke, das ist ja wie der Passage an A38, das ist ja wie der Passage an A38. Ich habe Fakir Goethe 2 gesehen, top. Ich bin mittlerweile echt fertig. Ich habe nicht rausgefunden, wo wir sind. Ich bin hier gerade im Keller. Und bin ziemlich fertig. Der Film! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.